Fotos machen und einschicken am Naturschutz, Vogelschutz. Das ist eine alte Bruna. Besser überprüfen mich irgendwie gut vorher. Hat einer beim Storchen Vario eingebaut. Oh, die da. Die sind frei. Die Maschine? Ja, die sind frei. Keine Ahnung. Da drüben? Ja, so. Hallo! Warte, komm mal los! Lass mich gar nicht stören vor dem Fluss, schau. Los, Schockseisen, Schockseisen und Storchen. Wir suchen den nächsten Rad. Und das hat sich einer Hotelflugstörter im Opa. Da ist ein Foto. Vielen Dank.